Okay, wir gehen jetzt in die Reactions, Jungs, wir gehen jetzt in die Reactions. Wir fangen an bei TikTok. Oh, Tiki-Toco. Und mein TikTok wurde gesperrt. Ich hab ein TikTok gemacht und es wurde gesperrt, Chat. Das hier ist mein neuer Song für Icon5. Mit diesem Song will ich bei Icon5 mitmachen. Okay, seid ihr bereit? Haben wir gerade gehört, Chat, haben wir gerade gehört. Super Lied. Super Lied. Ria? Ria? Warte mal, 2006? Siehst du, es ist 13! Nein? Achso, ja dann. Dann auf jeden Fall Smash. Oh! Nein, doch nicht, ey! Ohne Sinn! Ist doch egal, dann! Dann doch nicht, ich nehm's zurück, Twitch. Ich nehm's zurück. Das hatte ich schon gesehen gehabt, das hatte ich schon gesehen gehabt. Goat Simulator, verwandelt Messi in ein Goat. Cooles Video. Welche Partei sind Sie denn? Welche Partei? Also ich... Aufsache nicht AfD, das wäre... Ich bin für die AfD, Alternative für Deutschland. Mit denen darf ich nicht reden, hat meine Mama gesagt. Tschüss! Du musst doch nicht immer alles glauben, was man dir erzählt. Welche Partei sind Sie? Also ich sag mal so, ich hab eigentlich gegen gar keine Partei was in Deutschland. Außer gegen AfD. Nein. Oh! Nein! Er hat's in die Fresse bekommen. Er wollte's nicht in die Fresse bekommen, weil er Moslem ist. Trotzdem hat Allah bei ihm das Alkohol ins Gesicht gespritzt. Da, er hat angefangen zu weinen, man sieht's. One last meeting. 19. Januar. In neun Tagen. Paris gegen... Ist das in Paris? Oder ist das in Arabistan? Ist das in Paris oder Arabistan, Chat? Wenn das in Paris ist, dann würde ich das vielleicht gucken. Geh da hin. Paris. Arabistan. Duell zwischen Messi und Ronaldo bei PSG Tour. Oh nein, das ist ein Arabistan, Chat. Grandpas' erste Hoverbird. Oh, hey, das ist voll toll. Geil, Alter. Er wollte gar nicht so schnell fahren, glaub ich. Ich glaub, er wollte gar nicht so schnell fahren. Geil, Bruder. Zwei Wochen länger Ferien wegen so'nem Virus. Ah, das ist jetzt... Wie die vor Corona aussahen und wie die nach Corona aussehen, ne? Oh! Niemals! Als ob man so krass den Unterschied sehen kann. Ja, die Lieder sind echt, Digga, die sind so gut, ne? Die Videoqualität ist auch... Digga, ich check gar nicht, warum er so gute Videoqualität hat. Riecht unnötig eigentlich, aber... Guck mal, das ist mein Bruder, Originalchat. Guck mal bitte, was ein krasses Video, ne? Digga! Und dann jetzt hier rechts daneben. Junge, einfach guckt euch das an, wie das aussieht. Junge. Oh, Gareth Bale hat aufgehört. W, Gareth Bale für seine Karriere. Wer ist die, Chat? Einer muss mir Insta klären. Wer ist verkrankt? Wer ist verkrankt, Mann? Ich am 9.01. um 6.30 Uhr. Mein Bruder. Franks, die zu weit ging. Hä, warum hat er das gemacht? Er haut einfach ne Glasflasche gegen seinen Kopf. War so ne Fake-Flasche. Alter, das ist ne normale Glasflasche, ey? Das ist doch keine Fake-Flasche, seid ihr dumm? Das ist safe echt. Der ist verrückt einfach. Oder irgendwas war. Das war ehrlich, das ging ehrlich zu weit. Well, for me is a pressure to be here. Ronaldo, Bruder, mach mal bitte neue Kasse auf, bitte, Bruder. Ich muss schnell, ich muss was zu essen holen, bitte. Mit diesen Kassengeräuschen noch. Ronaldo bei Lidl. Ronaldo bei Lidl, Chat. Wer motiviert dich weiter zu streamen und Videos zu machen? Die Hot-Chip-Challenge. Anfang 2024, 100.000 Abonnenten zu haben. Mein Cousin. Hä? Das ist mein Cousin? Ich wusste das gar nicht. Ich wusste nicht, dass es mein Cousin ist. Ist er mein Cousin? Nile spielt Baldi's Bar 6. Hallo, ich in ein Jahr. Best of Nile, okay. Was geht ab, YouTube? Passend zum Ende des Jahres ist hier ein Best of für euch mit den lustigsten Momenten aus Nile L38, A-Streams und Videos. Ich wünsche euch ein schönes Silvester und ein frohes neues Jahr. Like und Abo nicht vergessen. Viel Spaß bei dem Video. Eins gegen eins. Ja! Ey, ich hab den Wind geholt. Elhamdulillah. Ey, der Best... Okay, Chat, es ist anscheinend mein Cousin. Machen wir meinem Cousin die 1200 Abos. Schaffen wir das? 1200 Abos, Chat? Genau. Was ist das? Was ist das? Dieses Hallo, ich in ein Jahr. Was geht, Freunde? Und willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein etwas ernsteres Thema. Ich glaub, das wird das... Okay, ich mach das auch. Ich mach das auch. Okay, ich mach das auch. Ich mach das auch. Okay, 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 okay. Hallo, Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zu einem etwas anderen Thema. Scheiße auf! Was geht ab, Hamid, in einem Jahr? Hoffentlich in einem Jahr... ...hab ich folgendes erreicht. Und zwar hoffe ich mir, dass ich... ...erstens... ...besser aussehe. Hoffentlich. Zweitens, ich hoffe... ...ich... ...hab eine... Hoffentlich läuft es bei mir mit Frauen, bitte! ...hoffentlich... ...ah... ...puh... ...gerade läuft gar nicht. Ich sag mir ehrlich, gerade läuft gar nicht! Ähm... ...hoffentlich... ...hab ich mehr Geld. Geld! Boah! Jetzt gerade hab ich... ...ich guck mal kurz auf mein Konto. Barkasse. Sag aber ehrlich, ne? Was los, Mutter? Ich hab jetzt gerade auf mein Konto... ...1200 Euro. Ja. Ich hoffe, ich hab dann mehr. Das ist aber mein Privatkonto. Also auf meinem Geschäftskonto... ...hab ich noch mehr, Chat. Privatkonto 1200 Euro. Ich hoffe, ich hab mehr in einem Jahr. ...und... ...was kann man noch in einem Jahr alles erreichen? Ich hoffe, ich hab auf YouTube... ...500K. Ähm... ...ich hoffe... ...ich hab auf Twitch... ...boah... ...so mindestens 200K. Und... ...hab ich ne Freundin in einem Jahr? Sag mal ehrlich. Hab ich? Hatte ich ne Freundin? In der Zeit? Ähm... ...wie geht's meiner Familie? Ich hoffe, gut in einem Jahr. Ähm... ...momentan mach ich bei Bankdrücken... ...ähm... ...15kg... ...auf beiden Seiten. Also 30 und plus Stange... ...so 50kg oder so. Ich weiß nicht. Also 15kg auf beiden Seiten. Ähm... Ich bin nicht so gut im Fußball. Ich hoffe, ich kann auch wieder besser Fußball spielen... ...in einem Jahr. ...ja... ...ja, also so... ...so dass ich wenigstens so ein bisschen spielen kann. Das wär gut. Und... ...ich hoffe noch... ...es geht dir gut. Mach's gut. Ah ja, ich wiege gerade... ...das kann ich noch sagen. Ich wiege gerade... ...ich guck kurz mein Gewicht. Ich hab so ne Gewicht... ...äh... ...dings. Ich wiege jetzt gerade... ...87, noch was Kilogramm. 87, noch was Kilogramm. ...wissen Entscheidung. Sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Und seine Zukunft ist noch unklar. Für den 33-Jährigen scheint es mehrere Optionen zu geben. Welche das sind und was für eine Rolle Cristiano Ronaldo bei der Sache spielt, zeigen wir euch jetzt. Die Ausgangslage ist klar. In wenigen Monaten ist Marco Reus ablösefrei auf dem Markt. Klar ist auch, dass in solchen Situationen Gerüchte entstehen. Die Daily Mail hat nun einen besonders interessanten Verein ins Rennen gebracht. Al Nasser soll sich mit einem Transfer des Deutschen... Al Nasser holt Ding? Reus? Die Arabier haben sich gerade mit der CS... Ich mach nächstes Jahr ein Al Nasser Team in FIFA. ...verpflichtung weltweit einen Namen gemacht. Und wollen ihrem Superstar jetzt weitere Unterstützung an die Seite stellen. Oha! Al Nasser kann richtig viele gute Spieler kaufen. Aber die können eh nicht Champions League spielen. Sonst wäre das lang... Also wenn die Champions League spielen könnten, wäre voll geil. Das wäre krass.